Der Spider-Man existiert nicht mehr. Mein Mann, Peter Parker, war ein ganz normaler Mensch. Er hat immer gesagt, dass jeder diese Maske hätte tragen können. Er war nur der Junge, der gebissen wurde. Ich werde ihn vermissen. Ja. Wir waren Freunde, weißt du. Kann ich das umtauschen, falls es nicht passt? Es passt immer. Irgendwann jedenfalls. Kein Umtausch, keine Rückerstattung. Er hat nicht um seine Kräfte gebeten. Aber er hat sich entschieden, Spider-Man zu sein. Am meisten mochte ich an Peter, dass er uns allen das Gefühl gab, stark zu sein. Wir alle besitzen Kräfte der einen oder anderen Art. Und auf unsere eigene Weise sind wir alle Spider-Man. Und wir alle zählen auf dich. Alle zählen auf mich. Also vermutlich nicht speziell auf dich. Ich denke, das ist eine Metapher. Ich weiß was, ob wir alle Focus abkommen haben, Eltern sind immer wieder öffnen. Ich bin E Jones. Aber ich muss genauerướんな basilisieren, Oh, 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 oh. Ah! Es tut mir leid, Mr. Parker. 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 Es tut mir leid. Es tut mir leid, Mr. Parker. Es tut mir leid, Mr. Parker. Es tut mir leid.